Was läuft, was geht, Leute? GambleJuie ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Spottasa-Casino. Nicht lang schnacken. Ich gehe rein in Woman Legion. Ich will da unbedingt jetzt mal was holen. Irgendwie haben wir es leider noch nicht geschafft, hier einen fetten Hit zu holen. Gucken, ob alles passt. Ich bin ein bisschen angeschlagen, für alle, die es wissen oder nicht wissen. Ich habe eine Operation hinter mir. Aber ist auch egal. Ich werde heute mal wieder die Slots pushen. Bisschen auf 3,50. Für die, die es verfolgt haben, ich hatte ja mich hoch und runter gespielt im Spottasa-Casino. 1,5 ist die Balance aktuell wieder. Oder immer noch. Mal schauen, was es heute bringt und ob ich mal in Woman Legion reinkomme. Ich hätte Bock. Ich hoffe, Spottasa hat auch Bock. 3,50 Euro heute mal. Ganz auf entspannt. Schade Schokolade. Er täuscht schon die geilen Dinger da an. Heute mal standesgemäß mit Cap und Hoodie. Auf entspannt. Schauen, was es so bringt hier. Ich hoffe doch, er bringt uns die Freispiele. Wenn nicht, werde ich doch nochmal ein, zwei Bonus-Bice ansteuern. Aber vielleicht haben wir auch Glück und kommen mal direkt rein. Manchmal klappt das ja. 7 Euro, okay. Manchmal kriegen wir das ja hin. Auf 3,50 langweilt mich hier schon wieder irgendwie. 28. Oh! Reingepuscht. Wollte gerade hochstellen. Aber naja, ist ja geil. Auf 3,50 gehen wir rein. Ist ja auch nicht schlecht. Prinzipiell jetzt mal ein paar Moments. Ah, ich spiel die nochmal, komm. Jetzt ein paar mehr brauchen wir schon. Okay. Er kann da echt eskalieren, wenn er will. Ja, oben links jetzt noch einen. Das wär nice. Ganz oben links. Ah, okay. Komm jetzt mach die doch mal in eine Reihe oder so. Ah, okay. Jetzt kann er schon. Wenn er will. Zieh mal was durch. Ah. 119 Euro. Ja. Schade. Schade, Schokolade. Aber wir sind mal reingekommen. Aber ich will hier mal richtig abräumen in dem Game. Schade vielleicht. So, wir sind wieder auf 1,5. Wenn ihr auch mal zocken wollt, im Sporthaser oder sonst wo, checkt die Links in der Videobeschreibung. Spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt... Wirst nicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Funktioniert nicht immer. Ich hoffe, heute funktioniert es bei mir. Ach. Jetzt habe ich natürlich Bock, nochmal reinzukommen. Das wär's. Einfach nochmal jetzt. Döp, döp, döp. Komm schon. Irgendwas. Und die Geduld ist auch wieder am Ende. Nach 2 Sekunden Spielen werkt es nicht. Come on. Döp, döp, döp. Das war eigentlich gut. Wir sind wieder relativ fix reingekommen. Aber leider immer nur diese 100 Euro Freispiele. Oh. 100 Euro. Nice. Gerade noch gesagt. Genauso viel wie die Fries. Wenn er davon 4,5 macht. Döp. Wär auch zu clean. Wenn er davon 4,5 macht, ey, dann geht's schon ab. Da sind schon gute Gewinne dabei. Und das in dem Freispiel. Wenn er sich das mal traut. Come on. Er könnte auch im Base Game einfach mal eine Reihe voll machen. Könnte. Wenn er wollen würde. Come on, Leute. Let's go. 5 Euro-Fach wieder am Fressen hier. Ich spiele sonst bis 1,3. Ja, vielleicht 1,2. Komm, ich pushe ihn jetzt einmal. Vielleicht geht er jetzt nochmal rein. 50 Euro. 50 Euro. Okay, nice. Ah, schade. Einer gefehlt wieder. Komm schon. Gönn doch. Ach. Ach. Einmal, zweimal. Auf 10. Okay, ist zu Hardcore. Auf 5 wieder. Ich wollte ja eigentlich bis 1,2. Wie das halt so ist, ne? Ach, ich weiß, was wir machen. Wir gehen jetzt bis 1,1. Leute. Ne, ne, nix, nix und wieder nix. Sport habe heute leider noch nix gegeben. So, wir gehen in... Wo ist es? Dog. Doghouse Megaway ist mein absolutes Lieblingsgame. Für die, die mich verfolgen, wissen das. Ah, ich habe gesehen, viele haben noch nicht abonniert. Abonniert mal sehr, sehr gerne. Mein Kanal. Ich würde mich mega freuen. Auch für aktuelle Gewinnspiele und Co. Dann seid ihr immer direkt dabei. Wir kaufen für 300 Euro Abfahrt. Abfahrt. Komm, vier Scatter. Komm, noch einen. Ah, schade. 300 Euro investiert. Wir nehmen die Linken. Ich nehme immer die Linken. Und dann gucken wir mal. Okay, nix. Ja, okay. Wir brauchen natürlich viele Hütten jetzt. Jawohl. Jetzt noch ein paar Hütten rein. Mal zwei, mal drei. Komm schon. Du heiliger. 28 Euro. Das ist hier gar nichts. 76 Euro für 300 Euro gekauft. Eieieiei. Ja, jetzt hänge ich hier wieder. Komm, ich komme noch einmal. Ding, ding. Noch ein. Jawohl. Da ist ja wieder die Faust. Zwölf Freispiele und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Komm. Jetzt. Hütten, 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 hütten. Jawohl, jawohl, jawohl. Und jetzt einfach so weiterziehen. Weiterziehen. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Ja, 56 Euro, 40. Jetzt noch mehr Hütten. Das wäre insane. Ah, okay. Aber sehr gut. 61 Euro, 20. Komm schon. Ah, viele Mega-Ways. Paar Hütten und dann geht es schon ab hier. Wir brauchen noch ein paar Hütten. Ah, so ein guter Start. Und dann das. 179 Euro bisher. 213, komm, schon. Hütten, 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 hütten. Ja, okay. Jetzt mal einen landen. Okay. 96 Euro, nice. Jawohl. Jetzt zieh was durch. Ah, der Hund. Aber nochmal 50 Euro. Komm, blauen Hund. Voll, 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 voll. Ja, 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 ja. 432 Euro. 858,60 Euro, Leute. Huch, das war knapp. Aber wir haben uns ein bisschen zurückgekämpft. Wir sind wieder hoch auf 1.400 Euro. Dabei belasse ich es für heute. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergisst nicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhabt. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Falls ihr einen Abo-Wunsch habt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer GameMetrovie. Macht's gut und hau rein.